Ohohohoho, ein neuer Spielmodus auf meinem Kanal und damit Hallo und Herzlich Willkommen zum Minecraft Gladiators. Das ist ein Spielmodus, der sehr, sehr schnell gehen wird, vor allem, wenn ich jetzt faile. Ja. Die Rede ist ja gar nicht voll, da war ja was. Ja, wir können nicht kämpfen, weil wegen... Eigentlich müssen hier 16 Spieler sein, das ist Runde 1 und Runde 1 funktioniert nicht. Na gut, ähm, soviel dazu. Quarter Finals, jetzt geht's los für mich. Jetzt wird's erst relevant. Ich versuche einfach so schnell wie möglich an den Rand zu kommen. Oh, leider, der fickt mich, der fickt mich. Oh ne, ich fick ihn. Huhuhuhu. Okay, ähm, auf in die nächste Arena. Ich weiß nicht, ob der Modus soweit bekannt ist, aber, ähm, ist immer 1 gegen 1 kloppen und das ist schon das Halbfinale. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hey du. Ich, äh, verlasse mich mal drauf, dass du nett zu mir bist und mich nicht direkt töten bist. Fuck. Ich bin so schlecht gegogen. Ohne Witz. Äh, ich bin aber gut in... Äh, Gottverdammt. Wo bin ich jetzt hin? Oh mein Gott. Ich möchte das... Ich möchte das ganze Zeug mal... So, safe. Das Finale. Das schaue ich mir noch an. Wer gewinnt? Mein Mörder oder sein Mörder? Wo er auch immer der andere war. Ja... Ich war... Ich bin auf jeden Fall... Tierter. Weil ich schlecht war. Beziehungsweise... So schlau war, wie ich gewartet hab. Weil da kommt's dann eben auch die Zeit dann... Na gut, aber... Ja, der fickt den. Was anderes würde mich jetzt echt wundern, wenn der verlieren würde. Okay, ja, GG war played. Von mir aus... Ich hab mich richtig scheiße angestellt. Aber... Kann passieren, ne? Na gut, ähm... An dieser Stelle ein kleiner Schnitt. Bis zur nächsten... Runde. Bis gleich. Was ist das? Weiter geht's mit Runde 2 von Gladiators. Und ich hoffe wirklich, das ist... Runde 2. Und die wird erfolgreicher. So, ich hab jetzt hier... Mein Schwert mal auf 4 gelegt. Das wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit... Zu meinem Standardspot für das Schwert. Weil ich mein... Geschick mit dem Zeigefinger... An der Tastatur... Zuletzt herausfinden durfte. Das... Schon wieder? So, fick dich. Okay. Tu's nicht. Wenn du da Bock drauf hast. Ähm... Wie heißt das? Sound must be... Das heißt, ich müsste einen besseren Ping haben. Ich bin ja an sich kein Ping-Player. Aber das ist immer schön, wenn man einen besseren Ping hat. Und ich vollidiot hab natürlich jetzt 2 Pfeile weniger. Oh, getroffen. Und... Leide, leider, leider. Oh, ich hab... Ich hab ihn, ich hab ihn nicht. Wenn ich jetzt noch verliere, das ist... Das wäre eine Blamage. Okay, hab ihn. Danke. Und damit auf ins Halbfinale. Ist es schon wieder, ne? Ja, okay. Da stirbt einfach einer durch Fäuste. Okay. Halbfinale gegen so ein Schweinchen. Genau, den richtigen Moment. Oh! Ich geb ihm! Ah! Gib mir! und durch und LOL! Okay, Marky ist tot. Vor allem, die sich jetzt schon nicht mehr erinnern, den hab ich vorhin getötet. Äh, nicht, den hab ich vorhin getötet. Der hat mich vorhin getötet. Okay. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm, 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 komm. Oh! Komm, komm, komm! Go! 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 Go, Neon! Fuck! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot! Yes! Huh! Und viel zu früh eingegeben. Your opponent has quit. You automatically win the fight. Ja, danke. War ja nicht irgendwie zu früh. Das war Runde 2. Harden Gladiator. Was? Ich hab echt keinen Pfeil verfehlt. Ich hab keinen einzigen... Als ob ich keinen Pfeil verfehlt hab. Wie nice ist das denn? Na gut, ähm... Soviel von der Seite. Ich sehe, es sind gerade sehr, sehr wenige Spiele da. Ähm... Ich war das Thema geschrieben. Hoffe, das hört man nicht so. Ähm, wenn ihr mehr von dem Modus sehen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Beziehungsweise, ich werde wahrscheinlich eh wieder mehr von dem Modus zeigen, wie ich, äh, mich kenne. Und dann schreib ich mal dem lieben Damiano zurück, bevor er mir hier sonst was an den Kopf wirft, weil ich seinen Chat wieder überlese. Das ist mir vorher bei EvoLand 2-Zocken schon passiert. Wäre dumm von mir. Na gut, ähm... Von hier aus sag ich also mal Tschüss. Genauso wie die ganzen anderen Spieler, die jetzt abhauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part Minecraft Minigames wieder. Und hoffentlich relativ erfolgreich, genau wie heute. Bis dann Leute und... Tschau! Gär. Gär. Nch-Gär. Nch-Gär. tow- .